moin und willkommen zurück zu einer neuen runde entschroudet ja wir sind immer noch zu hause wir sind immer noch dabei irgendwie mal zu gucken aufnehmen ob jetzt langsam mal während gewachsen sind es sieht aber nicht wirklich so aus hier ist alles nur sammeln das ist nicht gut es ist schön hier können wir endlich ernten wenn er noch nicht alle die fünf sind noch nicht so weit dann hätten wir jetzt zehnmal safran warte gucken wir gucken jetzt kurz safran ich will nur mal kurz gucken wir kriegen für ein wasser ein safran kriegen wir 5 das heißt es wären wenn wir die zehn jetzt nehmen wenn es 50 ja gut ich würde mal behaupten wir lassen den safran erst mal noch hier und machen daraus wieder samen damit das halbwegs wieder funktioniert das ding ist ja wir sind immer noch auf unserer bären mission irgendwie haut das nicht hin so ich würde dann jetzt tatsächlich mal sagen einfach mal um zu gucken lanzen heute mal ein paar bäume mal irgendwie schließen dazu muss ich auch gerade mal sagen irgendwie sind hier gar keine bäume mehr gewachsen auch nicht nach neustadt das ist schlecht oder machen wir mal ein gott dazu lustig wir brauchen auf jeden fall ziemlich viel platz für die bäume da die kundrich mitnehmen auch mal ja e 1 also macht er mal weg da das ding irgendwie hallo so das wird auf jeden fall sehr anstrengend hier so dann weiter da hinkommen wir nicht was ist denn jetzt hier mach mal sehr schön fünf stück kann man noch ich habe jetzt einfach mal hier in der hoffnung das funktioniert noch ja da funktioniert irgendwie wieder nicht obwohl da passt so passt hat alles funktioniert halbwegs dann nehmen wir doch jetzt mal den düsterdeckicht rotblatt setzlingen oder 1 hier und dann gucken wir einfach mal ob dann vielleicht gleich endlich mal irgendwann dann wären dran sind weil ich würde ja schon bei gelegenheit mal ab und an ein paar heiltränke wiederherstellen und mitnehmen würden würden mitnehmen wollen so ist auf jeden fall ich hoffe einfach mal ich würde gerne auch jetzt mal wieder ein bisschen weiter kommen in der story und ja gucken dass wir da irgendwie ist zurück so ein bisschen jetzt weiter kriegen das problem ist jetzt halt tatsächlich wir haben was ist denn jetzt hier los warum wir müssen natürlich jetzt auch bei gelegenheit dann wieder gucken wo wir überhaupt die ganzen sachen ja irgendwie hier noch mal hallo irgendwie sieht das ganz merkwürdig aus wird sich hier bau5 egal dann nehmen wir die hier noch nomaden anhöden setzlinge 1 ja ich glaube wir haben hier demnächst wirklich so einen kompletten was nicht weit stehen aber ja das wird vielleicht lustig wenn dann auch mal langsam da hinten wären dran kämen wäre das noch lustiger und gerade linien ist hier bei mir oder in dem game gerade auch nicht wirklich machbar ich habe keine ahnung das aber egal hauptsache die stehen teilweise gerade hauptsache die hauptsache die nicht geplant dass wir so nahe hier dran sind aber okay und da ist die fünf moment hier fehlt irgendwo ein baum wo ist denn der hin hier hallo wo ist der baum hin keine ahnung weg gesagt ja dann hätten wir noch einen baum wird klinge kommt dann im baum und dann im baum ich schaue mal was wir dahin kriegen 12 hier ich sage aus fünf von den dingern machen wir dann vielleicht neue setzlinge mit dem rest verarbeiten wir dann vielleicht oder so irgendwie vielleicht irgendwie bin ich hier aber sowas von schief gerade so hallo ja okay 1 wir haben noch fünf ok 1 245 so auch fertig das ist auch ziemlich nah an das zeug angekommen dann nehmen wir jetzt die wird ist das düster dicke grün platz setzlinge ok fangen wir mal an 1 ist eine spräucher oder zwei es haut nicht hin 3 haben wir so was in die richtung machen müssen wir jetzt 10 machen jedes mal 3 weiter 4 5 6 eben 9 9 ja soweit wunderbar dann laufen wir wieder zurück das ist doch so einmal da einmal da nein echt jetzt auch man nimmt das ding hier wieder auf los der sonst nicht das ist kein baum oder ich weiß nicht was es ist wir werden sehen wir bauen dort einfach mal alles hier riesig an es sollte man vielleicht wirklich in nächster zeit mal öfter machen damit wir vielleicht von allemal genug haben irgendwie und nochmal 30 laub baum setzlinge ok wir fangen an 1 und dann lassen wir das zeug hier einfach wachsen ich hoffe jetzt einfach mal dass gleich die blaubeeren fertig sind dass wir dann auch blaubeeren daraus kriegen und dass wir dann endlich mal heiltränke herstellen können und alles andere wachsen lassen können damit wir wieder auf tour gehen können weil das ist gerade echt irgendwie auch hier ich versuche gerade alles mögliche um die teil der zeit tot zu schlagen in der hoffnung dass wir irgendwann bären kriegen damit wir weitermachen können so 5123 er sollte man ganz viele bäume gepflanzt wir haben da ein paar ist okay wir kriegen jetzt hier einen wunderbaren sammeln ja man da sind noch die blüten dran das heißt wir kriegen immer noch keine auch mal das ist doch jetzt langsam ist das hier war also wir haben jetzt genug also vieles gepflanzt dann nehmen wir jetzt noch ein bisschen wasser auf machen übrigens mal das b hier so noch mehr wasser wir könnten natürlich auch versuchen mit den sieben eiltränken die welt haben dadurch zu kommen ich weiß aber auch gar nicht wo wir dahin wollten wenn ich ganz ehrlich bin ach doch wir wollten übrigens dahin dann darüber irgendwo gucken dass wir dahin kommen ja okay irgendwie ich probiere das jetzt wir laufen jetzt erstmal einfach nur durch oder so nein eigentlich sollte der nur die waffe wechseln und das direkt wieder am kloppen voll agro hier mein typ so werde ich dann das hier runter dass da da das halt nein falsch obwohl warte kümmert versuchen nein will er nicht so wunderbar 103 wasser zwei davon hatten wir nicht eben da ist noch was gut dann wir haben jetzt ein paar gesammelt schon mal einfach dass wir daraus jetzt irgendwie halt renke erbringen ja wo bist du mein freund wir haben jetzt schon mal 10 ja jetzt haben wir 16 ganz ehrlich ich würde sagen wir versuchen jetzt unser glück also einmal teleportieren uns jetzt da hinten hin mit schnellreise gucken dass wir da irgendwo durchkommen die big mama hier überall auslassen wäre auf jeden fall ratsam so ich würde gern das ding essen dann das ding essen und das ding essen wunderbar dann gehen wir zurück auf das ding ich sehe gerade nichts sehr schön das problem ist jetzt natürlich wir müssen wahrscheinlich wieder hier unser unsere freunde ein wenig killen schild haben wir da übrigens so warte schild machen wir ach quatsch ausrüsten löschen das kann man leider nicht zerlegen natürlich dadurch dass wir neu gestartet haben sind die jetzt natürlich auch wieder alle da sonst shit so wo ist er denn komm her hallo my friend alter mal funktioniert das schon wieder weiß sondern dann mal wieder nicht das ist auch wieder der die ganze zeit hat das blöde blocken funktioniert aber ja super natürlich haupt ab hätte blödes vieh mann so dann nehmen wir jetzt schnell das teil hier ein wunderbar warum wird es jetzt schon wieder dunkel das ist jetzt nicht euer ernst oder ich wollte doch hier schnell durch und jetzt darf ich hier wieder ganz klar das ist auch so ein bisschen blöd gestaltet da wäre übrigens ein brunnen aber ich weiß nicht können wir die big mama hier irgendwie kriegern und bekämpfen ohne dass wir drauf gehen moment man sagt man das jetzt ist wir könnten in ruhe schlafen das kümmer plündern wir können wir können öffnen immer die beschießen und bekämpfen ohne dass die hier reinkommen das wäre egal warte mal wer versucht uns wo ist sie hallo junge dame wo sind sie da alter ich habe gesagt ohne dass wir uns hier so das ist schon mal das sieht ja schon mal fast gut aus es sei denn das gift kommt hier rein das sieht dann nämlich nicht mehr so gut aus warte 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 schnell zu machen das geht voll in die hose schnell das zeug nehmen sonst haben wir nämlich das problem und sind gleich tot alter okay die dame schmeißt ihr gibt anscheinend durch das ist nicht so und ich ach man nee ach nee 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 so weißt du was wir verbringen erst mal die nacht hier obwohl es ist noch nicht nacht also das ist ja auch ganz merkwürdig mal trifft sie hier einmal nicht ja super jetzt hat sie uns wieder vergiftet auch das ist so banane echt ich mag langsam nicht mehr ja super jetzt hat sie das zeug da rein geschmissen das ist das ist echt das ist nein schlafen ganz schnell schlafen ich will die nacht rum haben aber irgendwie hier gerade in der nacht auch keine heilung oder oder kaum eigentlich schnell hier schnell raus mal von hinten rum versuchen so schnell hier passt nicht ja wir probieren es jetzt einfach mal so wo ist sie da ist die dame obwohl das könnte schon wieder passen ja das ist der falsche eigentlich hätte ich gern die dame hier hallo die ist ganz schön angepieselt so wie es aussieht wir könnten aber einfach mal versuchen wie sieht es denn aus nein nicht der ding der die dame die dame hätte ich gern immer noch warum kann ich die nicht anbieten auch das ist doch so ich würde gern wir gehen jetzt einfach hier hoch jetzt hier macht sie fertig man muss halt nur ab und anschauen dann geht das alles das problem ist wir machen bei der dame schon wieder keinen schaden aber das ist doch schon wieder ein bisschen blöd so ja 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 ich hasse es warum ist hier schon wieder einer von den ja natürlich drückte jetzt wieder mit gift weiße denn bis wieder voll nein auch man das ist doch merkt meine reaktion ich bin langsam echt ein bisschen genervt natürlich weil wir jetzt wieder tun es ist auch gerade ein bisschen nervig ich sage echt wie es ist das ist manchmal weiß ich echt nicht was ich da noch zu sagen soll so das ding nehmen wir jetzt das ding hätte ich gern und davon hätte ich gern eins dann gehen wir auf die das rüber es ist tatsächlich ein wenig nervig so lassen es davon einnehmen ich würde tatsächlich gerne ausprobieren können auch kacktein irgendwie oder was gibt das ne das gibt nur pflanzenfasern okay das ist auch nicht wirklich so schlimm ähm ja es ist auf jeden fall ein bisschen nervig so erst trifft sie gar nicht mit gift und dann trifft sie so mit gift dass wir tot sind das war nicht so toll so ich würde gerne bitte hier unser zeug wieder kriegen dahinten steht die big mama so hervorragend dann würde ich jetzt sagen gehen wir erstmal so gucken was wir hier vielleicht noch drin finden oder was auch nicht und toten hier ist sonst nicht wirklich viel immer hier nochmal gucken da oben steht noch eine kiste da kommt gnadenstoß da fertig weg damit dann hier hoch sehr schön ätzende deutsche das ist geil ätzende deutsche die wären gut wenn die wenn die jetzt auch noch gut wären wäre das gut ja lass mal gucken das sind 25 nein das sind auch 25 ok irgendwie 30 schaden was sichern dann können wir dir ja eigentlich zerlegen weil wir haben ja eigentlich die hier das ist schade ich habe gedacht die wären besser aber nein natürlich nicht das ist ja dann holen wir uns jetzt mal den hier her natürlich kommt jetzt auch wieder big mama mit oder was das ist jetzt blöd das wollte ich nämlich nicht ich würde ihr ganzes zeug hier irgendwo hin wohl gerade sagen irgendwie war das nicht gerade gewollt nein nein so schnell hier hoch vielleicht kriegen wir ja jetzt kaputt und habe ich jetzt gemacht warte wir können jetzt runter weil ich mache jetzt gerade nicht da ist so ja jetzt hätten wir vielleicht die möglichkeit die truller zu killen oder aber wir könnten hier schlafen ich versuche das jetzt einfach denn ich glaube da ist ein zettel zum lesen auch nein 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 ach ja jetzt falle ich eh wieder tot um also im prinzip war das vielleicht gar nicht so verkehrt ich würde das jetzt gerne gerade mal tatsächlich anders probieren vier geschickt vier stärke wir probieren eins davon eins davon und davon gut so hervorragend so ne falsche falsches teil hier hinten es müsste eigentlich funktionieren wenn wir glück haben vielleicht habe ich das glück und das haut jetzt hin das wäre sehr schön also vielleicht sollten wir dann direkt auch mal zwei von den totenköpfen mitnehmen die probieren wir jetzt auf jeden fall auch aus 1 2 auch hier ist schon wieder full ap das ist doch albern das ist echt albern super das ist noch alberner das wird schon wieder dreck das wird echt grad heftig nein weg keine ausdauer mehr das kann es nicht sein das ist grad warte wo ist die dame da schnell heilen nein 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 das ding ist scheiße das ding ist so scheiße und ja wir müssen ja leider hier wir die dame ja leider so schnell nochmal aufladen hier wo ist sie nein nein das ist kacke das ist so halt da machen die sowas nein das war jetzt gar nicht gut wo ist sie hin das ist doch scheiße warum macht die solche sagt auch wir haben schon wieder das kann nicht sein ernsthaft offen das ist ja so wir fallen ja wieder tot um alter falter das kann echt nicht sein oder jedes mal sind wir kurz davor die dame umzukloppen und dann haut die uns doch wieder das ist das ist gerade echt dann nehmen wir jetzt doch nur noch die teile das ist ich weiß es nicht ist es scheiße ist leider so müssen wir halt gucken irgendwie aber auch dass die immer direkt wieder voll hp ist das ist ein bisschen nervig vor allen dingen ich komme so nicht an den brief zum lesen wir müssen nicht kloppen sonst können wir nicht lesen nach ist es einfach nur wir könnten aber mal kurz ausprobieren aber ich glaube nicht dass das funktioniert wie sieht es denn aus wir sind oben gestorben glaube ich nach wie sieht es denn aus warum sind wir da angeblich gestorben ja dann komm mal der mama nein 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 und schon wieder gut auch das ist doch zum kotzen das ist ich weiß nicht das und ich vergesse es immer wieder bleibt doch einfach mal tot bis jetzt aufgehört hat ja das problem ist da und gibt es ja auch direkt zwei von diesen mamas das ist auch nicht wirklich lustig warte ich probiere jetzt einfach mal was anderes wir gucken mal ob wir da jetzt irgendwas finden was waffentechnisch vielleicht naja zumindest finden wir schon mal vielleicht finden wir da irgendein mittel oder sowas natürlich bin ich wieder tot das ist ich hatte es langsam ist man weil ich die waffe reparieren wollte so dann kommen wir machen jetzt erstmal den hier der kriegt jetzt erstmal seinen gnadenstoß kommen jetzt auch skorpione ich hoffe die kämpfen jetzt einfach mal gegen und ja die kämpfen die skorpione das ist schön dass das finde ich voll toll ich hoffe die blöden skorpione gewinnen dann gehen wir jetzt mal kurz runter wo kommst du her und warum ja das haben wir alles sind jetzt da unten alle tot ich hoffe nein natürlich ist der nicht ja natürlich ja natürlich ja gnadengedönse weg damit ich möchte jetzt erstmal hier rein meine leiche plündern wunderbar dann plündern war das noch dann würde ich jetzt ganz gerne mal meine waffen reparieren das war ja eben schon nicht konnten so da steht übrigens noch einer den homer jetzt einfach mal um dann gucken wir mal hier sind fallen fallen sind immer scheiße da sind noch mehr fallen ist sogar sprengstoff uhr hätten sie sich nicht gerade selber sprengstoffen können mensch ja ich hätte gerne einmal das und das hätte ich auch alles von mir das nehmen wir mit ich wollte eigentlich dass da wunderbar da liegt auch mal was warte mal das ist eine bombe ist es keine ahnung übrigens ist da hinten eine höhe oder so kann das sein auf jeden fall ist auch ein wolf okay da war mal ein wolf ja so lala genau lala lass mich auch gott so waren das jetzt wieder andere ich weiß das gott gar nicht habe ich glaube oder so schnell dahin so um kloppen immer gut aber ich glaube hier und war mir schon mal oder zuhause stufe 1 das müsste das da sein und eventuell das dann ich weiß nicht da wollen wir jetzt nicht noch meinen hier unten waren wir schon das weiß ich jetzt fällt es mir wieder wie schuppen von denen und so ne wunderbar okay ich wusste gerade nicht wo es hingeht ja genau sehe ich genauso jetzt coole bar weiß noch nicht hat er mich betäubt der kaste jetzt davon wir gehen einfach mal hier rein dann würde ich jetzt wie gesagt sagen dass er mal schlafen ein schlafen will ich jetzt nicht wir laufen jetzt einfach mal hier so durch und gucken was war hier könnte ich schlafen aber will ich ja eigentlich auch nicht gut das hier hatten wir schon dann laufen jetzt da drüben irgendwann vielleicht finden wir jetzt hier die super ultimative geile waffe die alles kaputt macht was war bei drei nicht auf dem baum ist und so zumindest wieder bombe könnte natürlich fällt mir gerade so eine wir könnten ja gucken ob wir die alte da weg es wäre noch eine möglichkeit wir bomben ja einfach raus und da geht es schon wieder in keller möchte ich weiß nicht noch ist der keller hält da weiß ich wieder nicht da möchte man keller glaube nicht oder obwohl hier ist nichts gut dann einfach bomben auf die dame es ist so ich hoffe wir finden noch ein paar deswegen weg da so dass der mich denn so an na toll ich falle ich falle ich springe in der falle das ist auch wieder voll geil so hoch da marin fertig den egon ich möchte jetzt bitte hier hallo wo liegt denn der jetzt sein knochen war vielleicht ich habe keine ahnung das andere problem ist gerade es ist hier alles so ziemlich merkwürdig einfach mal alles weg ballern und dann da gab es was hat sehr gut hier gibt es noch mal ein ding zum heile machen hat einmal hier sehr schön eisenpfeiler und explosives schwarzpulver kugel würde ich jetzt tatsächlich für big mama versuchen warte mal gibt es hier oben irgendwas sieht nicht so aus da geht es dann gleich hoch hier ist schnell zu machen ich will nicht dass hier ist das richtige so oh gott und ich sehe schon wieder wir sind bei 46 minuten so lange sollte das eigentlich gar nicht gehen heute so wir hüpfen jetzt einfach mal hier rein wir schließen und wir werden dann jetzt gleich hier die folge beenden so wunderbar und ja ihr kennt das spiel wenn es euch gefallen hat lasst euch lasst mir gerne einen daumen da wenn ihr keine weiteren folgen verpassen wollt auch gerne ein abo in der nächsten folge werden wir versuchen die dame mal ein bisschen weg zu springen ich glaube das wäre vielleicht noch was 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 ja jetzt vielleicht ja als einzigste sind wir schauen uns das in der nächsten folge an wenn ihr dabei sein wollt würde ich mich freuen bis dahin so jetzt mal tschau ja falei ja